Ich heiße Florian, ich werde in zwei Wochen 19 und mache hier ein Praktikum für einen Ausbildungsplatz. Wir hatten an unserer Schule eine Berufsmesse und dort hatte HPS einen Stand und da habe ich mich informiert. Ich habe auf dem BBZ gemerkt, dass ich Elektronik sehr gern mag und wollte halt einmal reinschauen, was man hier so macht, weil ich das generell sehr spannend fand. Bisher gefällt es mir tatsächlich sehr gut. Manchmal ist es zwar ein bisschen anstrengend, aber das liegt eher daran, weil man das früher Aufstehen nicht gewöhnt ist. Ich habe das Praktikum seit Montag, das geht jetzt insgesamt eine Woche, also bis Freitag. Machen tue ich das Praktikum, weil ich mich hier auf einen Ausbildungsplatz beworben habe und ich halt einmal von der Firma aus gucken soll, ob das wirklich was für mich ist und ob ich hier in die Firma so reinpasse. Bisher habe ich den Schaltschrank hier verdrahtet. Wenn ich was nicht weiß, sollte ich fragen, aber sonst ist es halt auch eigentlich nur nach Plan verdrahten. Die Kollegen helfen mir, sind auch alle sehr freundlich. Ich habe bisher auf jede Frage eine vernünftige Antwort bekommen. Ich bin der Meinung, dass ich hier reinpasse. Ich hoffe auch, dass ich am Ende dann eine Zusage bekomme. Willst du zu!